Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir oder wann immer du diese Podcast-Folge für dich anhörst. Ja, ich möchte heute dir ganz persönlich eine Podcast-Folge wünschen, nämlich möchte ich dir sagen, die Welt braucht dich, die Tiere brauchen dich und alle, die in deinem Umfeld sind, brauchen dich. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie wichtig du bist und wie wichtig es ist, dass du für dich erkennst, dass du auch wichtig bist. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was deine eigenen Werte ist und dass du den einen großen Unterschied machen kannst, dass sich die Erde oder auch die Welt für dich so verändert, wie du das gerne hättest. Ich glaube, den allermeisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie hier auf diese Erde gekommen sind, um eine Rolle zu spielen. Ich meine jetzt nicht eine Rolle in Form von Schauspieler sein, sondern eine Rolle zu spielen, meine ich, dass es auf dich ankommt. Die Menschen sind hier auf die Erde gekommen, auch du bist hier auf die Erde gekommen, um einen Unterschied zu machen, um etwas zu bewirken. Denn du hast einen Körper bekommen und mit diesem Körper möchtest du empfangen. Du hast einen Körper bekommen und mit diesem Körper möchtest du erschaffen. Das ist eigentlich das Ziel, warum eine Seele in einen Körper hineingeht, um Erfahrungen auf diesem Planeten zu erleben, um auf diesen Planeten Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen sollen überhaupt nicht sein, dass dein Leben jeden Tag gleich ausschaut. Dass du in der Früh aufstehst, dass du immer das Gleiche zum Frühstück isst, dass du immer den gleichen Weg zur Arbeit nimmst, dass du immer das Gleiche machst, dass du heimkommst, dass du dich auf die Couch sitzt und dass du da dann irgendwelche Serien anschaust und darauf wartest, dass in deinem Leben irgendetwas Großartiges passiert. Du bist nicht deswegen hier. Ja, du bist wegen ganz etwas anderem hier. Dein Leben sollte außerhalb dieser Routinen stattfinden. Dein Leben sollte außerhalb all dessen stattfinden. Und das ist auch das, was unsere Seele, den Körper, also die Seele und den Körper oft so müde macht. Das ist das, was dich so müde macht und wo Menschen oft sagen, boah, ich bin den ganzen Tag so müde und ich komme überhaupt nicht in die Gänge und irgendwie schaffe ich einfach nichts. Und weißt du, warum das so ist? Weil dir extrem langweilig ist. Ich merke das auch ganz oft in meiner Masterclass, dass die Menschen sich mit Dingen beschäftigen und ich sage einfach, hey, du hast viel zu viel Zeit, dir ist zu langweilig, du kreierst viel zu wenig und deswegen ist alles in deinem Außen so. Und schau, du hast vielleicht einen Wunsch. Du möchtest vielleicht etwas nach außen tragen. Du hast vielleicht schon eine Tierkommunikationsausbildung gemacht oder irgendetwas anderes, was dich total bewegt und was dir unglaublich viel Freude macht. Vielleicht bist du aber auch noch jemand, der auf der Suche ist nach seiner Berufung, nach dem, was es dich ruft. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du genau diesen einen, ja dieses eine wichtige Teil finden musst, um deiner Berufung folgen zu können. Aber ich möchte einfach jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass das überhaupt gar nicht die richtige Herangehensweise ist, weil was heißt oder was wäre, wenn Berufung gar nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern wenn einfach dieses Vorangehen und dieses einfach mal anfangen, irgendwas zu machen, was dir Spaß hat, schon ein Teil dessen ist, zu dem du dich berufen fühlst und was dir das Gefühl gibt, dass dein Leben einen Sinn hat. Sinnhaftigkeit und Sinn muss nicht immer mit einer Heiltätigkeit zu tun haben. Das muss auch nicht immer damit zu tun haben, dass du für andere Menschen, dass du die coacht oder irgendwie so. Das ist überhaupt nicht das, sondern das kann etwas ganz anderes sein. Ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht oder möglicherweise war es auch ein Magic-Morning-Video, was ich darüber gemacht habe, wo ich auch über Sinnhaftigkeit gesprochen habe und Berufung. Und solltest du dir vielleicht auch anhören, um da einfach nochmal eine andere Sichtweise drauf zu bekommen. Aber was meine ich jetzt, wenn ich sage, die Welt braucht dich? Ja, schau, ich finde, dass es ganz viele Menschen geben sollten, die wissen sollten, was sie sich wünschen und wie sie sich ihr Leben vorstellen. Ich möchte oder ich werde nicht müde, den Menschen zu sagen und auch dir zu sagen, überleg dir doch mal, wie du dein Leben dir vorstellst, wie du es im Bestfall gerne hättest. Mein Ansinnen ist, wenn jeder Mensch diesen Gedanken folgt und dann auch noch die richtigen Fragen stellt, um das auch zu tun zu können, um aus deiner Box rauszukommen, um deine ewigen Zweifler und Kritiker mal Mundhut zu bekommen, sodass du einfach mal anfängst, auch für deine Träume und Wünsche zu gehen und nicht immer die Ausrede hast, dass Geld oder Zeit nicht vorhanden ist. Du hast wie alle anderen auch genauso viel Zeit jeden Tag, 24 Stunden. Das kommt halt nur darauf an, wie du sie nutzt. Ich meine, wenn schon vier oder fünf Stunden für Netflix draufgehen, dann hast du natürlich schon fünf Stunden weniger wie jemand anders, der vielleicht sich mit Dingen beschäftigt, die möglicherweise denjenigen in eine Richtung bringen, um seine beste Vision zu sein, ja, um das zu sein, weswegen du hierher auf diese Erde gekommen bist. Und jetzt kommt schon wieder, ja, aber ich weiß doch gar nicht, weswegen ich da bin. Und darauf kommt es im ersten Gang oder im ersten Schritt überhaupt nicht an, sondern es kommt darauf an, dass du einfach mal anfängst, ja, dein Licht zum Leuchten bringst, dass du dich nicht in ein Konstrukt hineinpressen lässt, wo andere Menschen dir sagen, was für dich möglich ist, wo du dich nicht in ein Konstrukt hineinpressen lässt, wo andere Menschen sagen, was du tun darfst und was du nicht tun darfst oder wo du dich auch vielleicht in Konstrukte eingekauft hast und das zu deiner eigenen Wahrheit machst und du dir dann auch selber sagst, ja, das kann ich nicht oder das darf ich doch überhaupt gar nicht. Das solltest du unterlassen, das solltest du bleiben lassen. Du solltest anfangen zu wissen, was du möchtest und wie du es gerne hättest. Und dann solltest du hinausgehen in die Welt und solltest das verbreiten, solltest du für dich einstehen, für deine Träume und für das, was du dir wünschst. Und ich weiß einfach, oder warum ich dieses Video jetzt heute mache, ist, weil ich so viele Menschen in den letzten Wochen gesprochen habe, die so gerne meine Tierkommunikationsausbildung machen möchten. Und manche von denen, die gehen mit diesem Gedanken schon Jahre schwanger. Schwanger. Und es ist immer etwas, was sie davon abhält, jetzt endlich anzufangen. Einmal ist es die Zeit, dann ist es das Geld, dann ist es das, weil der Körper so müde ist, dann ist es das, weil vielleicht die Gesundheit gerade nicht so ist, wie sie sein sollte. Dann sind es die Tiere, dann sind es die Kinder, der Mann und, und, und. Also ich könnte unzählige Geschichten aufzählen, warum es immer nicht passt. Schau, ich habe ja vorher schon gesagt, dein Körper wird müde, wenn du nicht kreierst. Dein Körper wird müde, wenn du nicht ins Erschaffen kommst. Du bist genau deswegen hier auf diese Erde gekommen, um Dinge möglich zu machen. Und manchmal ist es auch so, schau, wir sind immer in so einem Vermeidungsmonus. Wir wollen Stress vermeiden, wir wollen Probleme vermeiden. Wir wollen immer, dass alles irgendwie so glatt läuft. Kannst du mir ja bestimmt beipflichten. Ja, das ist ja bei dir ganz bestimmt auch so. Aber hast du schon mal überlegt, wenn etwas ganz Schlimmes in deinem Leben gerade passiert, wo irgendwie gefühlt alles zusammenbricht, welche Kräfte du mobilisieren kannst und auf einmal einen Elan und eine Erfindungsgabe in dir auftaucht, von der du eine Stunde vorher noch gar nicht wusstest, dass du sie hast. Wie oft ist es denn schon so gewesen, dass wenn irgendetwas Dramatisches in deinem Leben passiert ist, du Kräfte mobilisieren konntest und auf einmal alles in Bewegung gesetzt hast, um dieses Drama, was da vielleicht gerade entstanden ist, zu beseitigen. Und was ist, wenn es immer mal wieder ein Stück weit diese Energie braucht, damit man überhaupt dieses Kribbeln spürt, dieses Fibrieren, das dir das Gefühl gibt, dass du Bäume ausreißen kannst und dass du weit mehr schaffst, als du glaubst. Und was ist, wenn du einfach mal aufhörst, dir Geschichten darüber zu erzählen, warum du jetzt genau etwas nicht machen kannst, obwohl deine Seele förmlich dann auch schreit. Und das ist scheißegal, was das ist. Ja, das muss jetzt nicht die Tierkommunikationsausbildung sein, aber das ist ein Beispiel davon, weil ich das einfach immer wieder höre und immer wieder höre. Es warten so viele Tiere darauf, dass sie gehört werden von ihren Menschen. Es warten so viele Tiere darauf, dass sie ihren Menschen beitragen können. Und es ist einfach so, dass es noch viel mehr Menschen wie dich braucht, die sagen, hey, ich will meine Stimme den Tieren zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass die Tiere gehört werden. Ich möchte das in die Welt hinaustragen. Und auch wenn vielleicht ein Teil in dir sagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen kann, weil ich so Angst habe, mich vor anderen zu zeigen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, weil ich überhaupt den Weg nicht kenne. Und was ist, wenn das überhaupt gar nicht wichtig ist, weil es erst mal darauf ankommt, dass du anfängst? Ja, was ist, wenn du mal all diese Gründe, die noch gar keine Relevanz haben, einfach mal zur Seite schiebst und dir mal erlaubst, wirklich erlaubst, dass du anfängst, dein Leben zu leben, so wie du es gerne hättest. Und ich weiß, da gibt es ganz viele, und die erzählen sich dann trotzdem, ja, Beate, aber das ist doch so. Ich kann es mir doch nicht leisten. Ich habe doch nicht die Zeit. Ich bin doch immer müde. Ja, du bist müde, weil du nicht das tust, weswegen du hierher gekommen bist. Ich sage es nochmal, das kommt deswegen, weil du einfach dich langweilst. Dann wird dein Körper träge und müde. Und es wird immer schwerer, dass du anfängst, aufzustehen. Und Geld, Geld ist nie das Problem, weil wenn ich etwas wirklich möchte, dann kann ich Dinge auch möglich machen. Und schau, ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis, ein Geheimnis, aber du darfst es auf gar keinen Fall weitererzählen. Mit der Tierkommunikation kann man auch Geld verdienen. Verstehst du? Also, du kannst zusätzlich Geld kreieren durch die Gabe, die du hast. Wäre eine Möglichkeit, oder? Vielleicht möchtest du aber auch nur Heiltools haben, um energetisch mit Tieren und Menschen vielleicht arbeiten zu können. Ja, dann kannst du meine Healing-Ausbildung besuchen und da Werkzeuge an die Hand bekommen, um noch größer zu gehen. Mittelwege gibt es ja ganz viele. Und auch dafür kannst du ein Geheimnis Geld verlangen und dir zusätzlich Einkommen kreieren. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber da brauche ich dann dieses und jenes und da muss ich dann das können und jenes können. Wenn man den ersten Schritt geht in eine unbekannte Welt, ich will es jetzt einfach mal so nennen, dann öffnen sich immer wieder Türen für dich. Und bei mir ist es ja so, dass ich hier ganz viel Wert drauf lege, dass auch deine Energie, deine Schwingung, das, was du über dich selber denkst, das, was in deinem Kopf unbewusst abläuft, dass du diese Sachen aufspüren kannst und dass du einfach auch lernst, wie du das für dich verändern kannst, sodass du erkennst, dass für dich auch etwas anderes möglich ist. Jedes Tier wünscht sich, dass es von seinen Menschen verstanden wird. Jedes Tier wünscht sich, dass es seinem Menschen ein Beitrag sein kann. Schau, für mich sind meine Tiere und die Gespräche, die ich mit ihnen führe. Immer mehr, als nur zu fragen, hörst du Schmerzen? Ich frage meine Tiere alles, beziehungsweise die erzählen mir auch von sich aus Dinge. Wenn es in meinem Leben irgendwie in eine falsche Richtung geht, dann bekomme ich eine klare Ansage. Dann helfen die mir oder wenn ich nicht weiter weiß und ich frage nach, dann gibt es da einen Rat, was ich machen soll. Das ist Coaching auf höchstem Niveau und das ist kostenlos. Also, so viel muss man dann auch mal damit dazu sagen. wie oft ich mein Leben durch die Botschaften meiner Tiere verändert habe und dadurch einen unglaublichen Mehrwert gewonnen habe. Oder auch meine Freundin, ja, meine Freundin hat unglaublichen Kontakt zu ihrer Katze. Die hatte schwere Phasen in ihrem Leben und die Botschaften ihrer Katze haben sie durch diese schwere Phasen getragen. Die haben ihr den Weg gezeigt, wie es weitergeht und das ist so erstaunlich, weil alles, was sie an Botschaften bekommen hat, ist so eingetreten, wenn sie es tatsächlich auch so gemacht hat. Also, und was ist, wenn dein Tier dir tatsächlich den Weg zeigen kann, wie es wirklich geht und wie es leicht geht, ohne dass du immer nur in deinem Kopf und in deinem Verstand bist und alles rational durchdenken möchtest. Wenn in deinem Außen es nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann hast du einfach nicht die Ressourcen, die Energiefelder in dir, dass du etwas anderes kreieren kannst. Das ist so. Das heißt, dann brauchst du einen anderen Impuls und der kommt aber nicht von dir. Ja, das muss man einfach auch mal wissen. Und da kannst du mal rechts rum gehen und links rum gehen, das Ergebnis wird trotzdem ähnlich sein, nämlich so, wie es jetzt gerade ist. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ich in der letzten Zeit immer öfter, die mir bewusst wird, dass es einfach, dass es nicht nur das Wissen halt ist, sondern dass es auch darum geht, dass du in dir etwas anderes anlegst. und ich komme nochmal zurück, dass die Welt dich braucht. Also die Tiere brauchen dich auf alle Fälle und auch die Menschen. Die Menschen, die sich auf den Weg machen, die Menschen, die ihr Leben verändern wollen, die erkennen, dass da mehr ist, die sich nicht mehr mit Drama beschäftigen wollen, sondern die einfach erkennen, ich bin hier, weil ich einfach was erleben möchte, ich bin hier, weil ich die Welt bereisen möchte, ich bin hier, weil ich Geschichten schreiben will oder was auch immer die Intention ist. Ich bin hier, weil ich mich um ältere Menschen kümmern möchte oder, oder, oder. Es geht darum, dass es Menschen wie dich braucht, die gemeinsam mit den Tieren ihre Menschen, ja, also dass das Tier von jemand anderem, nicht jetzt deinem, sondern dass das Tier von deinem Klienten, von deinem Kunden dabei hilft, dass der Mensch neue Möglichkeiten in seinem Leben sieht. Darum geht es und deswegen bist du hier und darum bist du auch so wichtig, weil es in Deutschland über 30 Millionen Tiere gibt, sieben bis acht Millionen Pferde und die brauchen dich. Hey, ich alleine und die, die bei mir die Tierkommunikationsausbildung, die können das überhaupt nicht abdecken. und viele davon knicken auch ein, weil sie nicht zielstrebig genug sind, weiterzumachen, weil sie einfach nicht ihren Impulsen folgen. Du könntest die Veränderung für viele sein, auch wenn du es vielleicht gar nicht weißt. denn schau, was ist, wenn du noch nicht die bist, die du eigentlich sein solltest. Was ist, wenn du noch nicht der bist, der du eigentlich sein solltest. Und was ist, wenn du auch jetzt schon etwas Tolles machst und trotzdem noch andere Dinge für dich möglich sind, noch etwas Neues hinzukommen kann. Menschen glauben oft, sie müssen sich zwischen irgendwas entscheiden, aber du kannst doch alles haben, du kannst doch auch Dinge hinzufügen, du musst nichts weglassen, außer du möchtest das. Und was wäre, wenn du jetzt endlich mal aufhörst, dir deine Ausrede immer und immer und immer und immer und immer wieder wie ein Leierkasten oder wie so eine Schallplatte, die hängen geblieben ist, immer wieder anhörst und jetzt mal sagst Stopp und dich fragst, hey, was macht mich wirklich glücklich und was möchte ich tun? Wie kann ich meine Träume und Wünsche erfüllen und wie kann ich jetzt einfach mal anfangen, das auch hinauszutragen? Ja, wie kann ich anfangen jetzt? Ja, loszugehen und wenn du schon etwas hast und nicht weißt, wie du es nach außen tragen kannst, dann lass dich unterstützen. Ja, also ich gebe ja nicht nur Ausbildung, wo ich etwas beibringe, sondern ich mache ja auch meine Masterclass und auch da bekommst du ganz viel beigebracht, aber auch beigebracht, wie du halt einfach die Energie bist und aus deinem, aus deiner Seele heraus kreierst und glaub mir, wenn du das machst, dann funktionieren die Dinge viel leichter für dich, als dein Verstand dir das ermöglichen kann. dann lass dich unterstützen. Du hast wirklich bei mir so viele Möglichkeiten, wie du dich auch von mir unterstützen lassen kannst, sofern du denkst, dass ich dir helfen könnte mit meiner Masterclass. Du kannst auch VIP mit mir arbeiten. Du kannst auch in ein Jahresprogramm kommen, wo du alles lernst. Sprich mich doch einfach mal an und vor allen Dingen geh von deiner Couch runter und gib deinem Körper und deinem Geist mal Futter, damit die Müdigkeit weggeht und die Trägheit und dieses Gefühl, ja, ja, das Leben ist halt so, wie es ist. Vielleicht magst du dich auch mit diesem Mittelmaß zufriedengeben, vielleicht ist es für dich auch ganz schön und vielleicht gefällt dir dein Leben, dann ist das sowieso alles für dich hinfällig und dich spreche ich auch gar nicht an, aber vielleicht weißt du ganz tief in dir drinnen, dass eigentlich mehr für dich da wäre und du hast nur das Gefühl oder du denkst einfach, dass du es nicht verdient hast und da möchte ich dir an dieser Stelle sagen, das ist Bullshit. Du hast dich da selber rein manövriert, weil du einfach es glaubst, aber das ist nicht die Wahrheit. Du bist ein Schöpferwesen und ein Schöpferwesen möchte kreieren, möchte etwas erschaffen, ununterbrochen. Und wenn du total gern kochst, weil das deine Berufung ist, dann teile diese Leidenschaft mit anderen. Schau, es gibt so viel, was du tun kannst. So, 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 so viel. Du bist wichtig. Und wenn Menschen anfangen, das zu tun, was sie gerne tun möchten, wenn Menschen anfangen, dass sie wichtig sind, auf dieser Erde, das zu glauben, dass sie wichtig sind, und wenn jeder nur noch seinen Träumen und Wünschen und Zielen folgt, dann ist für Unstimmigkeiten, für Streitereien, für Krieg, für all das ist dann kein Platz mehr, weil die Menschen mit ganz was anderem beschäftigt sind. Und wie cool könnte denn das sein für diesen Planeten hier? Und wie cool könnte das sein für alle? Und wie viel Spaß könnte man gemeinsam haben? Und wie viel mehr könnte man erschaffen? So, das war es jetzt für heute. Ich wünsche mir, dass du erkennst, dass du wichtig bist und dass du endlich mal anfängst, für dich zu gehen. Ich helfe dir gerne, wenn du das magst, bitte sprich mich an und ansonsten sage ich Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Amen.